hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich stelle euch heute ein schauma shampoo vor silikonfrei ich muss euch wirklich sagen es ist mittlerweile gerade mein lieblings shampoo geworden der duft ist angenehm schön frisch ich benutze es jetzt etwa zwei wochen ja muss euch das unbedingt berichten es ist toll es ist ein super gefühl also beim einmassieren bei der wäsche ich lasse es ein paar sekunden einwirken spüle es dann gründlich aus die haare sind danach beim föhnen voluminös weich liegen super also ich habe keine probleme bisher ja es ist silikonfrei schwerelose pflege ohne rückstände mit meeres kollagen extrakt also das merkt man wirklich und ja es ist für feines glanzloses trockenes haar was bei mir ja oft der fall ist und ich kann nur sagen holt es euch auch es ist super wirklich ist mein tipp schlechthin danke fürs schauen ihr lieben bis bald vielleicht sehen wir uns in einem anderen video wieder